Wir haben es in die Top Ten der schlechtesten Schuleinrichtungen des Landes geschaut. Ah, hi, Sean. Du bist hässlich. Scheiß auf die Schule! Scheiß auf den Unterricht! Scheiß auf die Werbung! Scheiß so! Warte! Mike, Mike, Mike! Ich versuche gerade den Planeten zu retten. Du solltest dir auch die Zeit nehmen, ihn schön zu finden. Es ist die Woche der Zukunft. Das willst du später mal werden. Du kandidierst als Schulsprecher. Ja, jump for president! Jump for president! Und vergiss nicht, die Welt zu retten. Bitte. Danke. Danke. Danke.